Und auf geht's, ein neuer Powerhack für dich, für mehr Motivation und Erfolg in deiner Woche. Heute verrate ich dir das Geheimnis der Arbeit. Was ist das Geheimnis der Arbeit? Nun, lässt du die Arbeit heute liegen, ist sie morgen immer noch da. Ganz einfach, that's it. So, was heißt das? Sollst du das alles liegen lassen und schiebst auf, schiebst auf, schiebst auf? Nein, das gar nicht. Nimm alles nicht so ernst. Lass manches einfach mal liegen und mach morgen einfach weiter und widme dich den schöneren Dingen im Leben. Frau, Kind, Familie, vielleicht mal ein Hobby, etwas Bewegung, Sport, mal was Leckeres essen. Darum geht's doch, denn es ist nicht alles nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mach eine Unterbrechung, lass es heute liegen und mach morgen einfach weiter. Oder gern Vergleich mit der Tierwelt. Die Arbeit ist kein Frosch. Die Hobs nicht weg. Also, in diesem Sinne, viel Spaß dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.